Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play 4.16. Wir spielen heute gegen Schalke und im letzten Part haben wir ja gelesen, dass sich Bauer nicht so gut schlägt bei FC Liverpool. Und er lieber wieder zurück zu uns gehen sollte, meinte so ein Fan. Das war das Beste im letzten Part einfach. Und Dingsbombs, Maja ist jetzt bei uns und spielt heute gegen seine alten Teamkameraden. Die Jungs sind einfach motiviert bis in die Haarspitzen. Ich könnte nicht zufriedener mit ihnen sein. Geil, wir sind zufrieden mit unserem Team. Das ist doch super. So, und wir spielen jetzt. Aber wir sind ja echt zufrieden mit unserem Team. Weil momentan kann ich mir eigentlich kein besseres Team vorstellen. Klar, es gibt immer Messi und so, aber uns reicht das. Das ist vollkommen okay. Ähm, da haben wir relativ wenig Auswechselspieler jetzt auf einmal. Aber das macht ja gar nichts. Das macht ja gar nichts. Ihr könnt hier noch schreiben, ähm, für die nächste, ähm, Transferphase, wen wir dazu holen sollten. Weil mir fällt jetzt grad momentan keiner mehr ein. Ähm, der... Oh, die haben da Kassett immer noch. Oder schon wieder. Oder neu gekauft. Keine Ahnung. Ähm, weil mir fällt momentan echt gar keiner ein. Ähm, ich bin momentan echt zufrieden. Und, ähm, das war der Anstoß. Spiel läuft. Ja. Mehr hab ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ähm, weil die haben Nastasic... Was, hatten wir nicht, Nastasic? Wir hätten auch Nastasic, oder? Oder bin ich dumm? Ich weiß jetzt nicht mehr. Doch, wir hätten Nastasic, meine ich. Oh. Die sind vorne schon direkt wieder so ein bisschen aggressiver, ne? Natürlich. Ja, ja. Erstmal ausmachen, wer hier der, äh, Herr am Haus ist. Und der Ball wird zum Torhörter gespielt. So. Na, momentan bewegen die sich alle nicht so. Und Röser läuft einfach mal in den Gegenspieler rein. Wow. Sathausen kann sich heute gute Chancen ausrechnen. Insbesondere nach dem Erfolg im letzten... Komm, das ist meiner. Oh, gib mir den Ball! Oh, Schott. Okay. Die Überzeugung, der drei zu holen wird natürlich einiges Selbstvertrauen verleihen. Ich denke, das geht so weiter mit seinem Weg. Engel. Jawoll, Telemanns. Nein. Sam. Da reichen Marien und Schöne, die wir in den Gegenspielern. Voll schon. Rämpelt erstmal Sam weg. Bisschen geht nicht mehr. Okay. Ecke. War er denn nicht mal bei uns? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es jetzt echt gar nicht mehr. Jawoll. Schön abgefangen, die Baller. Oh, oh. Na, der ist weit drüber. Okay. Okay. Oh, was war das denn? Jumma. Kannst du auch nicht machen. Eihahn. Komm, gib mir einfach den Ball. Ja? Gib mir einfach den Ball. Gib mir einfach den Ball, bitte. Kann doch nicht wahr sein. Ach, komm. Oh, oh. Na, kein Absatz wegen Rossbach da hinten. Oh, oh. Der ist gefährlich. Jawoll. Einfach fünfmal abgefangen. Komm, lauf, 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 lauf. Ah, scheiße. Guter Ball. Äh. Äh. Boah. Einfach so ein Pressball. Ganz locker. Locker, easy. Ja, alles klar. Einfach mal hinfallen. Sich dann noch aufregen. Alles klar. Komm. Jawoll, Limke. Bester Mann. Größer. Zu Dibala. Jawoll. Boah, schon wieder so knapp. Schon wieder so knapp. Kopfball. Kopfball. Oder gar nicht. Kopfball. Ach, Mann. Okay, Einwurf. Einwurf geht ja auch noch, klar. Loll. Ich dachte, Röse läuft da hin. Wow. Nein. Da läuft natürlich außen rum. Uh, Fährmann wird unsicher. Oder auch nicht. Wow. Das ist unglaublich. Ich hab momentan echt FPS-Probleme. Aber. Jetzt sollte es wieder gehen. Oh. Jawoll. Schöne Passkombination. Oh, der haut dann wieder von hinten, von Ball weg. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Gelbe Karte. Mindestens. Junge, 19 FPS. Was ist da los? Was ist da los? Auf jeden Fall. Dann lass mal die Baller machen. Ah. Scheiße. Der hatte extrem viele Fehl. Der hat extrem viele Fehl. Deswegen dreht er sich auch extrem weit nach rechts. Ist jetzt nicht so geil. Aber muss man natürlich auch erstmal wissen. Well. Dann ist das geschafft. Dann ist das wieder guter Doppelpass. Der Ball spielt gerade raus. Gell. Junge. Die gehen schon wieder mit dem Mega-Umsack. Dann lass die da spielen. Alle zurückziehen. Alle zurückziehen. Zurückziehen, zurückziehen Ist okay, ist okay Zurückziehen Lass sie da spielen, komm Lass sie 100% Ballbesitz machen Ist mir doch scheißegal Okay, jetzt, jetzt Oh, die Rossellini Okay, 0-0 zur Halbzeit Das geht hier noch Zuerst dominieren Schalke uns ein bisschen, aber Ähm, das geht hier noch So Zack Jawohl Jawohl Also ist Memphis da Gefällt mir gar nicht Nein, Mann Ich wollte eigentlich In die Mitte nochmal spielen Und den abschließen Aber Da war der Fuß hier dazwischen Shaw gegen Sam Boah Krass Oh, jetzt ficken die uns Oh, jetzt ficken die uns Nein Och, Mann Jawohl, Dragowski, Junge Lol Ja, Handspiel, scheiße Das müsste eigentlich auch Rote Cut geben Aber zum Glück ist das Spiel nicht so So krass Ja, einfach mal Stehender Typ Okay, links, rechts Links, rechts, links, rechts Links, rechts Und Scheiße, der hat mich gefickt Ah, da macht er so eine Scheiße da Shit Mann Mann, 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 Mann Ja, ist okay Tor haben wir ja gesehen Schade Ah, trotzdem super wie Dragowicz Äh, Dragowicz Ähm Den Ball gehalten hat Das finde ich halt super Weil der hat einfach Animationen Davon Haben Andere Leute nicht so viele Sie kämpfen um den Ball Boah, jetzt kommt schon wieder das, ne Boah, ich hasse das Ich hasse das Junge, Junge, Junge Na, Mann Wieso kommt er da nicht durch Komm schon Könnte doch nicht so schwer sein, oder? Jawohl, FIFA Engine Oh Mh, schon, komm Jawohl Wieder weggehauen Ach, Mann, Alter Loll, der passt Pass des Todes, Junge Einfach ein weiterer Ball Einfach raus aus der Gefahrenzone Und da ist er Da ist er Die Baller Die Baller Die Baller Nein Mann Wieso blockt er den Ball Kopf voll Mann Kopf voll Mann Kann doch nicht wahr sein Dealer Boah, hat er denn weggecheckt Kein Foul Kein Foul Jawohl Schor, Junge Bester Mann Abseits Scheiße, Mann Ich habe extra geguckt Ist das jetzt abseits Ist das nicht abseits Ah, das war abseits 20 Minuten noch Jawohl Nicht dahin, Mann Dahin wollte ich Oh Ach, viel zu wenig wieder Mann Das ist so krass, wie die uns hier hinten ausspielen Ja Komm schon wieder nicht durch Schade Hm Engel Geht mir den Ball Jawohl Tastenspeicherung Aber noch gerettet Nur noch wenige Minuten Und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten Jetzt bringt er die Flanke rein Flanke Was macht der denn? Was macht der da? Oh mein Gott, Alter Ich dachte, der zieht jetzt voll ab Und der, der, der Macht einfach nur so einen Pass da rein Jawohl Aber es ist nur ein Tor Dünner Vorsprung Auch wenn wir noch fünf Minuten auf der Uhr Die Lammans Oh, nein Mann, Alter Das habe ich nicht geschossen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Jawohl Oh mein Gott, Alter Die Rossellini, Junge Fanchise sind nicht so dein Metier, ne? Jawohl, Jürgensen Was war das denn? Eine Minute noch Das wird sehr schwer zu machen sein Ja, ist jetzt eigentlich aus Ach, nee Gerade noch so gejubelt, dass wir Die beste Mannschaft haben Aber Ich hatte auch FPS Probleme Aber, nee Na gut Kann man nichts machen Die waren eindeutig besser Muss man auch mal akzeptieren Ballbesitz waren die stark Und Schuss aufs Tor Waren die krass Jean war hier aber heute gut Telemanns auch Ähm, ja Dragovic auch Ich will aber jetzt mal eben Ich spiele Höhepunkte Und mal eben Da ist das Tor Und da ist vorbei Gelbe Karte Na, das sieht man gar nicht, ne? Spielzusammenfassung vielleicht Ich wollte mal eben eigentlich Das Tor, warte Kurz vor dem Tor Hat ja, ähm Dargovic Oder Dragovski Oder so Ähm Eine super Parade gemacht Die wollte ich nochmal sehen Boah, krass Dass er den auch noch hält, ne? Ich freue mich Ich freue mich Ja, zeigt nochmal Ja, okay Das war das Foul Wow Aua Haha Gelbe Karte Geht ja gar nicht Geht ja gar nicht Da ist der Freistoß Ah, ja Der hat sich echt krass rausgedreht Bööö Ja, das sieht man gar nicht Schade Schade Schade, das sieht man Und das Tor Okay Kann man nichts machen Kann man leider nichts machen Büro Pressekonferenz So, dann trainieren wir mal eben noch So Super Und dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen wieder Wenn wir gegen, ähm Ich weiß nicht mehr wie die Mannschaft heißt Olympiacos spielen Krass Wir haben so eine krasse, äh Was ist das eigentlich? Champions Cup Champions Cup Mit PSG, Eindhoven und Olympiacos Wir sehen die anderen Gruppen aus Okay 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 Boah, die Gruppe ist auch hart Hm Hm Okay Ja Ja Okay Gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen wieder Gegen Olympiacos Und heute ist Schluss Bis morgen Ciao